Yo, was geht ab Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute will ich euch zeigen, wie ihr komplett solo in GTA Online euren Speedo Custom euch in den God-Mode bringen könnt. Ja, wie gesagt, der ganze Glitch ist solo und nach diesem Glitch wird euer Speedo Custom nie wieder zerstörbar sein. Also egal mit wie vielen Raketen ihr auf eurem Speedo Custom raufschießt, er wird nie wieder kaputt gehen. Diesen ganzen Glitch könnt ihr natürlich ausnutzen, aber bitte nicht um andere Spieler damit abzufacken. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir direkt an mit diesem Glitch. Dazu begehen wir uns natürlich zuerst in unseren Nachtclub rein und finden da im ersten Untergeschoss unseren Speedo Custom. Da steigen wir jetzt einfach einmal ein, drücken dann einmal die Falttaste rechts, gehen einmal unten auf Garage verlassen. Und jetzt, sobald wir die Garage verlassen haben, spammen wir einfach einmal die PS-Taste. So, dass wir richtig oft in den Home-Bildschirm kommen, aber auch wieder in unser Spiel. Und wenn wir dann in unserem Spiel wieder angekommen sind, überprüfen wir einfach einmal mit den Up-and-Down Atomizer. Also damit schießen wir einfach einmal auf unseren Speedo Custom. Und wenn unser Speedo Custom sich nicht bewegt, aber wir trotzdem noch damit fahren können, sollte unser Speedo Custom dann erfolgreich im God-Mode sein. Das heißt, sobald wir aussteigen und das nochmal überprüfen, ich in meinem Fall mache das mit einem Raketenwerfer, sollte unser Speedo Custom komplett in den God-Mode gekommen sein. Egal mit wie vielen Raketen ich jetzt auf meinen Speedo Custom raufschieße, er bleibt für immer in den God-Mode. Ich hoffe, dieser ganze Solo-Glisch hat euch gefallen. Natürlich ist es heute ein kurzes Video geworden, aber ich hoffe, es hat euch natürlich trotzdem gefallen. Wenn ja, Like und Abo nicht vergessen. Und jetzt würde ich sagen, teilt das Video noch gerne mit euren Freunden. Schaut es bis zum Ende. Haut rein. Ciao. Ciao.